Beeindruckende Dribblings, da fällt uns natürlich sofort Lionel Messi ein. Dessen Sohn zaubert nun auch noch munter vor sich hin. Thiago Messi zockt im Jugendteam von Inter Miami bei einem Turnier in Messis argentinischer Heimatstadt Rosario zusammen mit Luis Suarez und Benjamín. Was für eine generationenübergreifende Freundschaft. Wie einst die Papas bei Barca und jetzt Miami sind es nun also die Söhne, die die gegnerischen Abwehrreihen auseinandernehmen. Messi-Mama Antonella stand zusammen mit den Omas Celia und Sophie am Spielfeldrand. Da muss einem vor der Zukunft nicht bange sein.